Aus dem Buch Farblamäßiger Aufenthalt von Franz Hohler Sternennacht Wenn wir in unserem Haus in den Bergen sind, lassen wir nachts immer die Lampe neben der Tür brennen, zum Zeichen, dass wir da sind. Ich erwache um halb zwei und kann nicht mehr einschlafen. Es ist eine klare Nacht, ich ziehe die Schuhe an und gehe ein paar Schritte vors Haus, um in den Himmel hinauf zu schauen. Man fühlt sich hier oben näher beim Weltall, ein Nachbar der Milchstraße fast. Ist es das Zurücklegen des Nackens, das mir einen leichten Schwindel verursacht, oder der Schauer der Unendlichkeit? Der große Wagen, das einzige Sternbild, das ich mit Sicherheit erkenne, berührt mit seinen Rädern schon die Bergkette, hinter der er bald versinken wird. Ich wundere mich, wie stark das Licht der Sparlampe leuchtet. Dann drehe ich mich um und zucke zusammen. Auf der ansteigenden Wiese vor dem Haus steht ein riesiger schwarzer Mann. Er muss mich die ganze Zeit beobachtet haben. Es dauert eine halbe Sekunde, bis ich bemerke, dass es mein eigener Schatten ist. Der Schreck dauert länger. Der Schreck dauert länger. Die Schreck dauert länger. Dannt sie es auf der ansteigenden Wiese vor.